Ab jetzt hast du die Möglichkeit mit deiner kleinen Sparvariante Rolle doch noch die richtig dicken Brocken zu ziehen. Die Möglichkeit hat man natürlich auch schon vorher, aber jetzt wird die Möglichkeit leichter gemacht die dicken fetten Dinger rauszuziehen. Denn wir können jetzt hier schön zur Werkstatt gehen und wenn wir jetzt vielleicht schon ein paar Stunden oder auch ein paar Stunden mehr an der alten Festung saßen und Brassen gekloppt haben, schön die Brassen rausgezogen und vielleicht schon ein paar Silber gemacht haben, kann man jetzt mit seinem Feeder Set Start noch effektiver die Brassen rauskloppen mit weniger Verschleiß. Auch ganz wichtig, denn wenn man sich hier mal so eine Lacerati, so eine Bremse, so eine Rolle anschaut, hat man jetzt einfach die Möglichkeit den Verschleiß zu reduzieren und die Bremskraft, die diese Rolle hat, einfach deutlich anzuheben. Also die Olle Lacerati hier, das ist ja das gute Stück, was man quasi im Feeder Set Start hat, hat man das ja als Basisrolle. Also eine kleine feine Basisrolle, jetzt aber quasi aufgewertet mit ein paar kleinen Komponenten, die man halt jetzt aktuell oder seit neuestem eben umändern kann. Also wir gucken uns das mal an, wir haben jetzt gerade aktuell eine Bremskraft von 4 Kilo, haben hier eine Größe, eine Rollenspulengröße von 4000 und um das Gerät eben so ein bisschen, um dem mehr Power zu geben, können wir eben hier manche Komponenten verändern. Aufpassen, auch das kostet natürlich wieder Kohle und deswegen halt erstmal überlegen, okay, wie lange angelt man noch Brassen und Co. Und ich kann euch sagen, ja, man angelt relativ lange Brassen und Co. Denn der Weg von diesem Starter Set geht eigentlich bis Level 20 oder 22, also von Level 12 an bis Level 20 oder 22, dass man sich dann Kohle zusammenspart für den nächst besseren, fürs nächst bessere Gear. Und das geht eben jetzt sehr gut hier rüber. Manche haben eben gerne nochmal so einen Zwischenschritt gemacht und haben sich dann vielleicht schon irgendwann so mit Level 15, 16 oder so ein bisschen was Besseres gekauft. Und das, diese Zwischenschritte, die kann man jetzt eben ganz speziell nochmal auslassen, weil man eben besser vielleicht sogar einfach sein altes Setup aufwerten kann. Man kann nicht alles aufwerten, in diesem Fall jetzt hier funktioniert es gut. Man kann das halt jetzt einfach in der Werkstatt sehen, man geht in die Werkstatt rein, legt seine Rolle in die Werkstatt und sieht dann hier an der Seite sofort, kann ich was verändern oder nicht. Wir haben hier die verschiedenen Komponenten, wir könnten hier theoretisch, kann man hier das Getriebe reparieren, austauschen kann man es hier nicht. Hier kann man dann das Kugellager optimieren oder eben reparieren, das heißt, wenn wir jetzt hier draufklicken, gut, wir haben keinen Verschleiß, ich habe sie gerade frisch gekauft, dann könnten wir hier anhakern, bitte reparieren. Und hier können wir dann die Rollenbremse oder eben die Spule verändern. Spulen, das ist halt häufig eben auch bei den Baitcars Rollen, leichte, schwere Baitcars, da kann man das verändern. Aufpassen, da verändert man sehr schnell eben auch das Fassungsvermögen, wie viel Schnur drauf passt. Vielleicht wirft man dann auch noch weiter und leichter aus, aber man hat deutlich weniger Schnur drauf, deswegen damit auch sehr vorsichtig sein. Ja, aber im Großen und Ganzen jetzt hier für die Lacerati haben wir halt drei Möglichkeiten der Optimierung. Und wir fangen, würde ich sagen, mal direkt oben an beim Kugellager. Das heißt, hier haben wir gar nicht so viele Möglichkeiten der Auswahl. Wir können hier von dem Original-Standard-Kugellager, hier oben stehen die Infos, Kugellager für Stationärrollen, Express Fishing. Das ist quasi von der Marke Express Fishing das Original-Kugellager. Das könnten wir vielleicht noch mal ein bisschen optimieren in ein Universal-Kugellager sozusagen aus Edelstahl. Und ja, Salzwasser geschützt und was nicht alles. Aber was halt der wichtige Punkt ist, wir ändern quasi Kugellager mit Sternchenqualität 1 in Kugellager mit Sternchenqualität 2,5. Das heißt, eine deutlich bessere Qualität schon mal vom Kugellager. Dementsprechend, vielleicht da auch noch mal gucken, das Video zu dem Verschleiß, was alles wichtig ist. Dementsprechend weniger Verschleiß einfach im Kugellager und länger Spaß mit der Rolle. Also das nehmen wir mit rein. Kostet nicht wahnsinnig viel. Kann man mal machen. So, dann haben wir als nächstes natürlich eine ganz wichtige Komponente und zwar die Bremse. Wenn wir jetzt zur Zeit mit 4 Kilo unterwegs sind und es geht uns eine 3 Kilo Brasse rein, dann macht es erstmal die olle 3 Kilo Brasse, haut erstmal ein Stückchen ab und die Bremse reibt sich die ganze Zeit auf und geht halt zur Neige. Das heißt, wir haben die ganze Zeit einen recht hohen Verschleiß bei der Originalbremse, die natürlich auch qualitätsmäßig, also absolut in den Basics rumhantiert, wirklich das Basisteil. Und hier würde ich sagen, tja, lohnt es sich auch nicht, hier wirklich eine andere Basis zu nehmen. Halber Stern, halber Stern, halber Stern. Naja, was nimmt man dann? Man nimmt einen halben Brassenkescher und investiert in eine vernünftige Bremse und danach lüppt aber der Lachs. Weniger Verschleiß, weil sowieso schon 5 Sterne Qualität. Dazu kommt nochmal deutlich weniger Verschleiß, weil so eine 3 Kilo Brasse bei einer 6,5 Kilo Bremse auch gar nicht irgendwie die Chance hat abzuziehen. Dann macht die Bremse einfach quick, Ende, komm ran Brasse, Cash, Kratsching, ausgewählt. Also, nehmen wir mit. Jetzt sind wir hier natürlich schon wieder ein bisschen mehr in der Kohle. Das heißt, in Gänze liegen wir jetzt schon hier bei 67 Ocken. Ja, damit uns jetzt aber hier die ganzen guten Komponenten auch schön erhalten bleiben, brauchen wir auch noch ein gutes Öl. Denkt immer daran, mit dem Öl nicht sparsam sein. So, also, 1 Sterne Qualität, nee, wollen wir nicht. Einmal auswerfen, einmal fetter Kurbel und vielleicht noch ein Amur dran gehabt, schon dampft dir das Öl ab. Und ja, das Öl verbraucht sich schneller. Das Öl ist ja auch wichtig dafür, dass der Verschleiß innerhalb der Rolle nicht so hoch ist. Und von daher nehmen wir dann hier natürlich ein hochwertiges Öl. Ich habe mir die ganzen Öle auch schon angeschaut. Es sind einige Öle drin, die eben, wie zum Beispiel jetzt hier, das wäre dann das Originalöl für die Rollen von Beluga und so weiter und so weiter. Ähm, Trient hier zum Beispiel auch, Zymenöl und so weiter. Es gibt aber eben auch so ein paar neue Öle, auch da mit sehr guten Bewertungen. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt natürlich auch hier bei dieser doch sehr einfachen Rolle ja auch nicht übertreiben. Also, so ein 150, 160 Silberöl ist natürlich komplett übertrieben. Aber ich denke mal, so ein Balance-synthetisches Öl, wir gucken da mal eben rein. Ähm, bla bla bla, Balance-Öl ist ein Spulenöl von Zyndle, bla bla bla. Universal, ähm, mit universellen Eigenschaften. Ähm, gute Schmierung für den ganzen Spulenmechanismus. Ähm, und ja, dass es halt für den langen Betrieb quasi geeignet ist. Also, jetzt nicht speziell auf zum Beispiel hier Baitcast oder sowas. Oder für Ultralight, wenn man hohe Geschwindigkeiten hat, ähm, beim Spinning und solchen Sachen. Also sowas braucht man nicht. Man ist einfach darauf aus, für eine lange Haltbarkeit, eine vernünftige Qualität und dass diese ganzen Komponenten einfach gut geschützt sind. Von daher würde ich sagen, für den Preis hier, 78 Ocken. Nehmen wir das vielleicht auch nochmal mit rein. Aber damit haben wir dann eine richtig gut aufgepimpte Lacerati. Ja, Lacerati 24000 S. Ich würde sagen, Lacerati 24000 Premium ab jetzt. Mit 6,5 Kilo Bremskraft. Das Ganze ist jetzt, ja, braucht dann halt drei Tage und sechs Stunden. Ich mache das jetzt einfach mal vor Spaß. Kratsching. Kohle ist weg. Reparatur ist gestartet. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das Ding dann fischt. Wie gesagt, ich habe die ganz neu gekauft, einfach um das hier zeigen zu können. Und, ähm, dann werden wir halt sehen, ob das hier lüppt mit dem Gerät und wie das auch vom Verschleiß ist. Ich werde die mal eine ganze Zeit lang, äh, hart rannehmen. Und, ähm, bin dann wirklich gespannt, wie das dann läuft mit dem Gerät. Ja, das sind so die wichtigen Komponenten, wenn das Teil dann halt nach drei Tagen fertig ist. Man sieht das ja, wenn man hier, äh, reingeht, man geht hier auf die Rollen, dann habt ihr hier immer die Infos, ähm, wie lange, ähm, ist die Rolle oder der Gegenstand jetzt gerade noch in der Werkstatt. Das heißt, in der Zwischenzeit schön entweder mit den anderen Rollen weitermachen oder Lauben stippen, Haseln stippen am Windenbach. Da kommt ordentlich Kohle raus. Und wenn ihr jetzt noch eine Rolle übrig habt und vielleicht noch ein bisschen Spilling machen könnt, dann vielleicht einfach mal auf so Gummifisch und so auf den Steinschill probieren, der ja jetzt auch am Windenbach ist und auch ganz gut Kohle bringt. Petri, ihr Lümmels, ich hoffe, das Ganze hat geholfen. Gerne einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren für die nächsten Videos, dass ihr da nichts verpasst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Petri. Bis zum nächsten Mal.